Musik Ich sitze, ah nee, das fängt so an T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS? Peter, was ist das für ein Lied? Das hab ich gar nicht geschrieben! Überhaupt nicht mein Song! Ja, okay, Peter Hübler aus der Brücke hat das Lied geschrieben, jetzt muss ich singen. Jetzt hab ich angefangen, sing ich einfach. Timo Beil, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich bis nichts mehr kam geliebt. Ich sitze hier und warte, warte, ich kann es nicht fassen, ich werde noch verrückt. Ich hab gedacht, das wär die große Liebe. Ich hab gedacht, ich hätt mal Glück, Timo Beil. Warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich bis nichts mehr kam geliebt. Es war heute genau vor einer Woche nach Mitternacht im Summer Soul. Er hatte mich versehentlich angerämpelt und mir sofort einen neuen Trink geholt. Wir haben uns sofort verstanden, ich meine auch rein körperlich. Wir lachten und wir küssten uns, wir lachten und wir küssten uns. Wir tanzen länger, ging es nicht. Timo Beil, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich bis nichts mehr kam geliebt. Er hat mir seinen Namen aufgeschrieben, seine Nummer und mein Herz mit Pfeil. Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen, doch es meldete sich eine Metzgerei. Ich nahm das Telefonbuch, rief die Auskunft an, ich dachte, den finde ich schon. Doch es gibt keinen Beil, der Timo heißt auch keinen Beil mit Y. Timo Beil, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich bis nichts mehr kam geliebt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag von Funk